Darf ich vorstellen, Fresskorb Nostalgie, sechsteilig von der Schwarzwaldmetzgerei Schaufler. Inhalt der Geschenkebox ist einmal ein Schwarzwaldgrußbrettchen mit einem passenden Messer dazu. Außerdem ein Rieslingsenf, klingt total interessant. Dann natürlich auch Schwarzwälder Spezialitäten, wie zum Beispiel die Bauernwürste. Da sind vier Stück drin. Dann eine Kirschwassersalami, sowie Landjäger. Die Spezialitäten halten sich alle bis September oder Ende August. Dann haben wir natürlich den ganz klassischen Schwarzwälder Schinken am Stück 500 Gramm. Ja, und so sieht die 6er Box Nostalgie aus. Schön verpackt in einem Karton. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Produkt ihr in der Box am besten findet. Ich finde sie klasse und werde auf jeden Fall berichten.